er mich an den einen dran da oben kommst du ja nicht ran ach so kommst du noch nicht hin aber hier kann ich jetzt auch kommen jetzt genau okay ich habe nur den fixieren ist mal so warte warte ist jetzt kannst du rüber so okay ich bin richtig aufgeregt ich glaube den anderen kann ich nichts machen glaube ich kann ich da was kommt machen der anderen ist auch einer drinnen ja ich muss nur gucken wie ich schaffe ich weiß nicht wenn ich kann ich kontrollieren als erstes kommt rauskommt ich glaube der zweite kommt immer als erstes hatte ja ein bisschen weiter jetzt war das jetzt 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 müssen wir passen glaube ich jetzt glaube ich hatte okay zu niedrig zu niedrig gut dass ich da schon nicht ganz am anfang wieder warte 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 ich warte noch eine runde ab ja nagel ist drüben okay oh oh mein gut sehr gut das hast du sehr gut gemacht ah ja du aber auch voller let's go ich liebe es wenn ich dich hochhämmern darf das gefällt dir ne oh mein gott oh mein gott ich hab dir was gebracht dritten nagel ja ich mach doch wenn du nagelst wie mach ich das denn hast du gar nicht mitbekommen oder nee wie komm ich denn da durch warte warte ich hab hier was moment ich muss nur dran kommen okay geh nach vorne jetzt 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 nice sehr cool mein gott ist ganz ehrlich frage an den chat ist euch auch so warm oh ich bin runtergefallen achso ich musste da hier ich musste da nägeln ja ich muss mich wieder nacken ich sag's nicht okay warte äh nee dann musst du die zweite zuerst ah ich kann ich wie kann ich denn ach so kann ich beeinflussen nein zuerst die andere zuerst die andere okay ich springe und dann oh ich muss dann schnell sein ah okay 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 alles gut warte warte okay moment und jetzt super äh die oh warte 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 ich hab keinen leck na du hast keinen leck ah verdammt ich hab keine leckschaft aber der ansatz war schon gut so erst mal von neu also die erste brauche ich eigentlich gar nicht okay das brauchst du nicht ja ah ok super und jetzt hab's äh äh ah warte 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 ich weiß nicht ob ich da hochkomme jetzt sehr gut sehr schön all right danke ich schlage oh haben wir es geschafft sieht aus ja sehr cool oh 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 mein was was müsst ihr machen ich weiß es nicht auch nicht oh mein gott hier fallen überall ne ah ich bin tot oh mein gott oh oh ich komme nach okay wir brauchen hier den Hammer ja ja oh jetzt Achtung! Oh, fuck. Oh, nein. Mein... Oh, Gott. Ach, komm. Da muss ich lang, da muss ich lang. Okay, da brauch ich dich. Ja. Ah. Ach, komm. Oh, Gott. Und zwar hier, ich Hammer und du Nabels zerstört. Ja, das, 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 das. Ja. Marble tot. Oh, wo bin ich denn jetzt? Okay, und? Ja. Sehr gut. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Ja, aber wenn, dann will ich schon alle. Dann musst du daheimern. Ich bin schon dabei. Okay. Oh, mein Gott, wir haben es geschafft, glaube ich. Oh, mein Gott. Oh, Gott, wir müssen jetzt... Äh... What the... Was habe ich für Werkzeug geschaffen? Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn machen? Das ist ein Werkzeugkasten. Oh. Ah, hier. Schau mal, hier muss noch nacken. Stimmt. Ach so. Als das nächste Mal dann. Ja, ja. Oh, das ist so auf. Achtung. Oh. Ah. Mach feng. Es ist, es ist. Ach so, ich muss dann da hoch. Du musst dann hoch, glaube ich, ja. Okay, beim nächsten Mal dann. Oh, ich und auch Zeit spielen. Das... Ja. Oh, 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 oh. Okay, bin bereit. Ah, so. Okay, jetzt bin ich runter. Los, alle drei. Los. Los. Lauf. Warte, jetzt bin ich eh zu blöd dafür. Ja, es ist vorbei, es ist zu spät. Ja, die nächste Phase. Ich muss erst den Army festnageln. Hier ist ein Punkt erstmal. Okay. Kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Sagst du kommst später zur Nachricht, ich kann doch was dauern. Ja. Also los, los, los. Warte. Warte. Weiß, rufe ich in der Arbeit an. Ich komme jetzt nicht... Ja, den zweiten. Ist er schon, ist schon. Okay. Halt mal drauf, hör mal drauf. Gib ihn, gib ihn. Nein. Okay, äh, der, der zweite ist fast... Aua. Ist fast vorbei, äh, also eine Phase noch, dann sind die... Oh, was kommt jetzt? Oh mein Gott, was macht der? Okay. Äh. Okay. Äh. Äh. Da macht Löcher rein. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geschieht hier? Aua. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay. Alles da, alles da. Let's go. Oh nein, ich bin wunder gefallen. Boah, ich bin fast... Die Schacht. Die Schacht. Es ist offen. Der Arme ist ab. Oh. Verdammt, den anderen Arme muss man jetzt noch machen. Boah, aber Kinofilmier. Oh mein Gott, wie geil. Oh, ich bin so gemäglich. Guck mal. Oh, äh. Job für mich. Das ist ein Job für mich. Okay. 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 Oh, 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 oh. Ah komm. Sag mal was haben wir hier. Uh, kann wir nicht über das Thema sprechen? Wir sind lange nach negatieren, Cody. Nein. Oh mein Gott. Achtung. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Ach so, du musst da drauf gehen. Nee. Du musst auf die Schauke gehen und ich muss drauf hauen, ja? Ah, okay, ja, ja, ja. Anscheinend. Mein Gott. Aber für den Ehekrieg haben wir echt ein gutes Teamwork. Perfekt. Aua. Los, 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 los. Boah. Es war zu spät. Ja, ich bin gestorben. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin auch runtergefallen. Nein. Ich glaube, wir müssen von vorne an. Ja. Ah, da nicht, da nicht, da nicht. Nein, Gott sei Dank. Das Spiel ist sehr kunderfrocken. Oh, ich bin tot. Ich stirb jetzt nicht. Okay, ich bin wieder da. Oh, ich bin tot. Jetzt hat's nicht. Ach komm. Okay, äh, äh. Wer da, wer da. Ja. Okay, zwei Würfe hab ich. Sehr gut. Sehr sehr gut. Oh, verdammt. Der Nagel hat mich. Sag mal. Sind bei uns echt alle Haushaltsgeräte gegen uns? Ja. Ah, verdammt. Äh, es wird langsam etwas eng hier. Ein wenig. Kann doch, glaub ich, nichts machen, ne? Nee. Oh mein Gott. Oh verdammt. Oh, guck mal. Unser Werkzeugkartner hat ne Enten-Form. Ich bin tot. Ich hab die Enten gewundert. Soft. Los, 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 los. Hab's. Ah, ein noch. Na, verdammt. Einmal noch. Schaffen wir. Ja. Ist das auch so ausführlich? Oder bin du? Bin du alles gut? Hahaha. Gott schütze gerne hier. Ja. Sag, wie ich dich daran erinnern, dass es immer noch das erste Buch ist, ne? Und wir wahrscheinlich noch ein paar mehr haben. Äh, ja. Ja. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja. Äh. Oh, das hast du davon. Dummer Weltzeugkasten. Oh Gott, ey. Hey, look at them. Oh, wow. Wieste wenigstens die Werkzeuge freuen sich. Oh, it tickles. It tickles. Ha! There you go. Thank you. Oh Gott, das ist ein bisschen... Was denn, Jenny? Merkwürdig. Merkwürdig. Merkwürdig war das Wort, was ich gesucht habe. Oh, you saved us from that rust and toolbox. Thank you, May. You are a true hero. Oh, thank you, Hammer. Hey, what about me? Huh? As part of this two, where's my hero love? Can you see that explanation? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course. Sebastian, can you help them out? They have to get to the other side. Oh, wie cool. Also, ich finde das Spiel echt mega gemacht. Das ist echt gut gemacht, ja. Oh mein Gott. Slow motion. Yibiii. Sehr cool. Oh no. She's leaving. Rose, wait. We need your help. Bleib da. Pooke. Oh. Ooooooooooooh. Also, dieses Buch geht mir so auf den Sack. Das ist ein Book of Love. Oh. Feststecken ist ein mentales Konstrukt. Oh Gott. Das aus dem Munde vom Book of Love. Da muss ich dir recht geben, das ist ja völlig Banane. Wahnsinn. Oh, wie cool. Oh. So cool. Oh. Nein. Ich drehe noch eine extra Runde. Sehr cool. Oh, ist das geil. Na, wo bleib ich hin? Oh, die kommt mal gefallen. Achtung, hier sind Stromteile, die sollte ich schon nicht berühren. Ist das so mega cool gemacht. Bin so begeistert. Das ist cool gemacht, ne? Wuhu. Da. Oh, und ich bin drunter. Du weißt, siehst du mich und sprichst dir in den Tor. Dankeschön. Habe ich erwischt? Ja, ihr Lieben. Müsst du es gleichzeitig machen? Nee, ist doch jetzt. Nee, ist doch beides grün. Oh, komm, ich kann grad nicht laufen. Haben wir es nicht geschafft jetzt? Nee, ich wollte hier noch gucken. Weil hier ist noch ein Y für mich. Wieso klappt das nicht? Ich glaube, wir müssen wir gleichzeitig machen. Ah, okay. Okay, let's go. Äh, und? Wir schritte nichts. Weiß nicht. Aber ich flitze. Und? Nee, hab's nicht geschafft. Na, nochmal. Lass uns davor stehen und dann. Okay. Und jetzt. Und? Ah. Ah, jetzt. Gut. Okay. Hat doch geklappt. Oh, meine Güte. Los, 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 los. Sterbe. Du warst zu langsam. Ich fahr so schnell. Wo muss ich denn hin? Da. So, jetzt. Jetzt. Oh Gott. Mach Y. Hab schon. Hab doch. Das war. Oh. Ah. Du bist. Ich war schon links da. Okay. Gehen wir hier. Eins, zwei, drei. Okay. Jetzt haben wir einen guten Rhythmus. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir wieder zusammen auf einer Bahn. Jawohl. Heu, 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 heu. Oh, je, je. Oh. Sehr cool, einfach. Ich warte hier auf dich. Da. Vielleicht zusammen. Okay. Oh, ja, geklappt. Oh, ja. Oh. 중에 gut. Oh. Oh. Ja, ja, ja. We, we, we need to find her. Oh, ja. I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. What? In, in here? All right. Okay. Um. Oh Gott, ich hätte gerade so einen gemeinen Spruch sagen können, die haben wir voll verknüpft. Ich mag das, das ist sehr interessant. Ja, oh du Puppen. Hexe halt. Kind ist eine Hexe, aber auf einen Scheiterhaufen. Wir müssen einfach unsere Tochter verbrennen. So dann, wenn sich das Zauber auflöst. Du bist ganz schön hardcore, kann ich sein? Oder Shad, was war die? Ist doch jemand da? Ich glaube, die sind schon alle gegangen, weil es wird zu krass. Also die Idee finde ich besser als deine vorherige. Also verbrennen finde ich einfacher. Was hast du gestern gemacht? Ich habe meine Tochter verbrannt. Ganz ehrlich, das Fernglas finde ich so süß. Was hast du denn für eine neue Wolle, Steffi? Welches Projekt ist es denn dieses Mal? Weil sie hängt ja immer vollständig. Was hast du gemacht? Da rede ich einmal mit Steffi und du stürzt dich in den Kopf. Kannst du sehen, was du bestimmt treibst. Hey! Ich bin selber schuld. Du hast eine Beziehung mit dir angefangen und mich geheiratet. Jetzt ganz kurz, Steffi, was ist es denn für ein neues Projekt? Ich bin neugierig. Oh, das ist voll schön. Guck mal. Oh! Wunderschön! Oh! So schön, dass du dich umbringen musstest. Ja, super. Scheiße! Aber schau dir mal die Umgebung an. Voll schön. Das ist echt schön gemacht. Oh, ich schläge auf den Reifen! Kann ich auf den Reifen? Nein. Aber auch jedes Blatt und so. Und hier sind lauter Kleeblätter. Kann man nicht ranzoomen oder so? Nee, ne? Geht nicht. Nee, nee, glaub nicht. Kann ich da hoch? Das ist ein Minigame oder so. Hallo! Tschüss! Ach, da kannst du runter oder wie? Hier kann man kurz runter gehen, ja? Oh, Ameisen! Ne, nur hier so ein bisschen. Hier ist dann nichts mehr. Oh, da ist ein Marienkäfer. Oh, da war ein Marienkäfer. Oh, da war ein Marienkäfer. Voll witzig. Oh, guck mal, da ist ein Schneckenhaus. Guck mal bei mir. Ich bin am Swing hier. Übrigens ist dir schon was aufgefallen. Was denn? Sie haben den Hammer und die Nägel nicht mehr. Ja, stimmt. Lässt du mal bitte das Vogelfutter in Ruhe? Ich hab Hunger. Sieht so köstlich aus. Warte ganz kurz. Was ist so eine Flauscherolle? Die ganz fies Fussel. Wolle. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Dann mit der zu häkeln. Kann man die gut anzünden? Wir brauchen die, weil ich für unsere Tochter... Okay, lass mal das. Hast du grad meinen Blick gespürt? Um den Zauber aufzulösen. Also, ne? Oh, guck mal, da hängen deine Turnschuhe. Ah, das sind wohl deine ausgetretene Latschen, ne? Oh, hast du gesehen, da sind Hasselnüsse drin? Jo. Nüsse, Nüsse im Schuh. Ja. Oh, warte. Oh, guck mal was hier ist. Wo bist du denn? Was hab ich auf dein Bildschirm geguckt? Oh, ich hab auf dein Bildschirm geguckt. Ich bin schon längst weiter. Ich bin schon am Ende hier vom Game hier. Nein, komm mal her, du. Ich komm' mal alles. Mein Gott, immer diesen Man. Eieieieieieieieieieieieieieiei. Was hast du denn da Schönes? Guck mal. Nein, komm mal. Ich komm' ja schon. Das gesehen? Warum? Warum? So, wo müssen wir lang? Es lädt hier aber auch zum Runterfallen ein, ne? Naja, ja. Ein schöner Papierflieger. Oh, ich hab jedenfalls schon knapp. Bitte? Ein schöner Papierflieger. Hast du einen? Nein, der andere, den du gerade gefurfen hast? Ja, der war echt süß. Hast du gesehen, wie die Ameisen hier rauskrabbeln? Mhm. Das andere ist sehr schön gemacht, ja? Also es ist ein sehr geiler Baum, muss ich schon sagen. Und ich bin wirklich geistert. Eine Schaukel, ich hab die Schaukel gefunden. Oh, cool. Ich bin runtergefallen. Lass uns schaukeln. Ich bin schaukeln. Oh, ich bin runtergefallen. Schaukel. Warte auf mich, ich will mit dir schaukeln. Du musst den Hältschprung machen. Ja. Hey. Die Leute sollten viel mehr schaukeln. Das ist voll cool. Wenn die Leute mehr schaukeln, gibt es auch Weltfrieden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Einfach mal, ne? Der Putin sollte einfach mal schaukeln. Einfach mal schaukeln. Das ist so cool. Wie weit der fliegt. Ja, guck mal, hä? Ui. Ist das Meer? Ist das Meer da hinten? Ii. Schön. Wenn du da hinten jetzt gehst, dann tust du die Man of Medan finden. Ist alles ein Universum. It's going in It Takes Two. Ja. Wenn am Ende hier der Kurate kommt, dann lass ich aus. Ey, ganz ehrlich. Das ist ein Mega. Wo muss ich jetzt hin? Ach da. Also dieses Schwingen hat auch was. Das ist auch geil, ne? Aber wie viel Vogelfutter ist denn hier dran, ey? Wir haben halt viele Vögel. Gut zu Vögeln, ne? Was denn? Was denn? Oh, ich komme rein. Hier hast du noch einen Papierflieger vergessen. Möchtest du? Ne, mach du mal. Komm, jetzt in das Dachfenster rein. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht schaffe ich es ins Dachfenster rein. Ich muss genau... Jetzt. Let's go. Oh, 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 oh Wünsche frei? Das war aber ein Gin. Vielleicht ist auch ein Gin drin. Ja, wäre auf jeden Fall mal eine andere Behausung, als immer so eine Tietkasse oder so. Ja, ne? Das ist so ein Baumhaus-Gin. Oh mein Gott. Ist da eine Ratte drin? Nein. Glaubst du, es ist ein Eichhörnchen? Deswegen die ganzen Nüsse überall. Ach, er hat auch Katzl oder was? Ohr-Katzl. Ohr-Katzl? Ohr-Katzl. Es ist zu schwer. Warum ist das Glas-Ger? Aber zumindest kann man es durch sehen. Oh, das ist so schön, ey. Das stimmt. Aussicht ist klasse. Ganz ehrlich, das Kind ist alleine. Die Eltern schlafen. Dass es noch kein Mist gebaut hat, ist echt ein Wunder. Geh nicht zu Dad. Dad ist tot. Er ist im Koma. Oh, oh, oh. Hm. Es ist so schnulzig. Was ist die Frage, warum hat das Kind ein Buch für Beziehungen? Für Beziehungsratgeber? Naja, bei diesen Eltern wundert mich nichts mehr wirklich. Warum liest das kleine Kind in dem Book of Love rum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was sehr traurig ist, vielleicht suche es Liebe. Aber was eher besorgniserregend ist, dass es ein Beziehungsratgeber ist, was er anschaut. Ja. Also, nicht so schlafen, wunderschöne. Wenn sie dich hierherde, hat sie sich nicht verholt haben. Was? Was? Sie verholt? Nein, wir haben keine Wausse. Wir sehen uns, Sieg, Ran. Verst du einen Knapp. Du hast das, Herr Schief. Oh, oh, oh. Oh, geh weg! Weg 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 weg. Ah! 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 Ich wusste es. Eichhörnchen sind einfach Sadisten. Eichhörnchen sind böse und haben gerade mein Weltbild zerstört. Eichhörnchen sind böse. Nichts mit süßen kleinen Nagetierchen. Ich werde nie wieder Eichhörnchen in meinen ganz, ganz liebevollen Augen sehen. Ja. Sondern nur noch als böse Dinger. Aber man muss sagen, was mich am meisten irritiert, woher haben sie die Kleidung? Und warum tragen die überhaupt Kleidung? Warum reden die Unkel, ne? Laufen auf zwei Beinen? Ja. Warum haben die Wespen als, äh, Attentäter? Warum haben die eine Folterkammer? So viele Fragen. Ja. So viele Fragen und keine Antworten. Ja. Warum haben die Dynamitsprengstoff in der Kiste da rum? Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Saß so aus jetzt, ja? Saß so aus. Hey, 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 that's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know. We look good. Wir sehen gut aus. Oh Gott, deine Unterwische. Das ist meine Lieblingsunterhose mit den Herzen hier. Die habe ich auch immer was so geliebt. Im Schlafzimmer gab es nichts, diese Unterhose und die Brille. Wer hat denn nichts weiter, als sie die Unterhose und die Pilotenbrille? Gibt nichts Besseres. Arrrr. Dann sage ich immer, oh Schatz, so sieht dein Ding wieder klasse aus. Sag mal, was haben die für Technologien? Den Drill-Buzzer. Alles klar. Okay. Also ich muss die Leute mit meinem Saft besprühen, damit die alles kleben bleiben und die Ballast sie dann weg. Und ich mach, dass es explodiert. Genau. So, du, ich tu die alle mit meinem Kleber besprühen. Okay. Da hast du dich jetzt aber ordentlich so aufgerübt, oder? Okay. Okay. Das heißt jetzt, wir arbeiten für die Eichhörnchen und müssen die Wespen töten. Wir wurden zwangsrekrutiert von den Eichhörnchen. Ja. Aber auch wenn es böse klingt, ich bin dafür, die Wespen zu töten, weil Wespen sind kacke. Hm. Also will das Spiel uns eigentlich sagen, wir sollen unser Haus vernünftig putzen? Und uns um den Haushalt kümmern? Ja, und die Eichhörnchen nicht mehr füttern. Hm. Richtig. Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Man ohne Hose kann es sogar als Flugmaschine verwenden. So ein Ding ist das. Drillbuzz ist auch cooler, ne? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020